Jetzt darf ich ein weiteres Bonbon ankündigen! Paris, die heimliche Hauptstadt Frankreichs! Françoise Baudler und Robert Brühl! Da freuen wir uns schon den ganzen Abend drauf! Baudel! Bonjour! J'ai vu que les roses sont frozées, mais j'ai vu que les bleus sont bleus! Ça fait rien! On est soi qui mal épanse! Monsieur Norbert Brühl, mon ami! Le clavier... Très beau, très beau, très beau! Comment le texte Paris? Marie! Merci! Au revoir! Paris! Paris! Paris ist nicht das Paradies! Es ist die Hauptstadt von... Frankreich! Oh no! Paris! Paris ist nicht das Paradies! Ich war da! Ich kann's mir glauben, ich habe es gesehen! ... ... Da ist ja selbst Dienstlacken noch schöner, obwohl Dienstlacken ist auch kein Paradies. Es ist nicht mal die Hauptstadt von Frankreich, was Paris nun mal liebt, dennoch Paris, Paris ist nicht das Paradies. Oh, nein, auf keinen Fall, niemals. Merci. Applaus